hallo und herzlich willkommen hier im tucker paradies wir sind in mönchwinkel mit dabei natürlich der ice dragon so wie tuckern hier mit zehn kammer hier durch die gegend hier ist der wahnsinn ich glaube ich habe gerade einen fußgänger vorbei laufen sehen der war schneller nein ich hab's fast geschafft er ist meine eigene schuld warum ich so langsam fahre da ich doch zwei baumstimme drauf habe die doch ein bisschen zu lang sind aber nur ein bisschen folge 34 ist es jetzt so ich rase gerade mit dem same traktor und dem frontschneidwerk zu feld 70 um jetzt zu testen ob luciano mit dem werk könnte aber eigentlich machbar sein oder das ist ja relativ niedrig und ist so blumen pflanzen mäßig ja möglich wäre es ansonsten bleibt nur noch der hexa eigentlich bericht das wäre aber schlecht da kannst du es wirklich dann nämlich sein lassen vorläufig erst mal schon lange wie wir nicht mit silage arbeiten ja ich würde definitiv kein mais nehmen für silage trotzdem weil luzerne wächst schneller holzhackschnitzel holz annahme okay irgendwo da ich weiß nicht genau wo links sagt ich solche links fahren gut das mehwerk funktioniert auch nicht okay dann ist wirklich hackschnitzel also häcksler häcksler ja klar dann machst du häcksel gut draußen hast häcksel gut machst du silage wächst aber dafür extrem schnell das muss man ja immer ja eins ist so dann lassen wir es jetzt verrotten dann können wir uns untergrubbern als gründünger ich weiß nur nicht wo ich hier hin muss das ist jetzt so ich glaube da ist so ich weiß auch nicht genau wo du es da abladen muss irgendwo stand hier holz annahme ich guck mal so da bist du glaub ich fahr jetzt mal weiter gerade aus schlusser mitfahren ja hier kann sowieso kann ich mitfahren genau so geht das da ist was mit holz ja genau richtig und ich glaube ich muss einfach nur reinfahren ich habe keine ahnung irgendwo da hinten ach so ich hätte jetzt hier gedacht naja ja fahr einfach fahr einfach doch da sind sie weg wunderbar einfach nur reinfahren wunderschön wie fast gekriegt das wird jeden baum einzeln hier auf okay ich habe 35 6 solltest du davor ach so ein tor geht nach innen auf das ist auch möglich so ein tor gegen gefahrt ich hatte es ja vorher habt bist du so in etwa hatte ich doch die ganze zeit davon dass ich jetzt da bin druck doch mal beim verkauf sonstiges wir hatten jetzt in der folge noch nicht so viel verkauft oder an der oder jetzt an dem tag oder hatten wir schon was verkauft er hat ja einmal die simon links gezählt gehabt ach so ja stimmt ich habe mich falsch gefahren also es gab auf jeden fall ein paar tausend aber ich habe jetzt ich weiß nicht weiss nicht wie viel waren es da bittet man dem chef um eine einzelne kleine sache um eine einzelne kleine sache nicht mal das schafft da mensch 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 haben über 10 aber es ging aber dafür dass zweieinhalb bäume waren gesagt für zweieinhalb bäume ist das voll in ordnung würde ich bringe den hänger aber jetzt wieder zurück da der ist wahrscheinlich ein bisschen hilfe braucht auf den feldern können wir uns schenken erledigt 70 also wir werden dann jetzt immer denn wenn gerade aktuell nichts zu tun ist uns den hänger schnappen hier und wenn man mal ein paar bäume dann abhacken ja da ist ja nicht warum auch immer so haben wir wollen auch so viele bäume naja aber eine aktuelle echt eine einstellung aber zumal wir hier auf der karte wird auch noch nicht andere möglichkeiten haben was zu tun von daher naja was alles wichtig kann ich mir lieber ein vieh anhänger und transportier bei jedem den seine nachkommen ist der warte fand sie einfach über ihr soll denn das da war da jetzt nicht die straße da lang so ein riesen umweg da einfach selber in acker natürlich ist ja wohl mal ja nicht so nicht unser feld der stelle mal vor der besitzer beschwert sich jetzt ist das angestellte mir ist ideal das interessiert mich nicht es gibt keine anderen arbeiter die die für dich hier arbeiten würden auch ganz viel so hast scheinbar einen ganz schlechten ruf hier ja aber die kosten ich kriege nicht mehr geld 2000 naja du willst schon wie du mich bescheiden kannst ja aber eigentlich wird es fair finden wenn ich hier pro tag hier so meine 1000 2000 kriegen würde natürlich fände ich das fair weil hier wächst ja auch das innerhalb an einem tag alles wo stecken den hänger hinten hast du da unten wie die stellen einfach dahin wo die sehmaschinen und der wassertank wenn wir den kran nicht ganz so steil nach oben gestellter werden passen so ist aber nicht der wurde wo die sachen stehen soll gerade kann das stimmen da finde ich immer wieder aber wir sind aktuell sowieso kinder kür haben kann aber stehen so was soll ich machen und gleich meinen körper leer machen parallel wieso naja wenn er wieder voll ist wahrscheinlich das sondern platzt und er hat noch 40 prozent hier drin jeder von meinem welcher denn da hinten losfahren da hätten wir aus den kompletter entgegen das ganze komplette feld fertig ja dann fange ich dann auf der anderen seite an denn ja genau parallel fahren denk daran auch noch ja weil ich halte jetzt an natürlich ich fahre neun bis zehn und eigentlich fahr ich neun so neun ja wieso fährst zehn zeig mir mal neun an wachst du wenn leer ja 40 prozent ist ja das prozent kann man auch einsamen mit dem sammelwagen ja stimmt ist ja leer wie du siehst oh der hänger ist voll der erste der erste hänger ist voll ja viel wäre eh nicht mehr drin der ist ja leer so gäste war ich gut fangen wir auch mal wieder an mal hier bist du mit dem hässlichen ernte maschine muss erst ausgeklappt werden den kleinen hässlichen so und schon geht es weiter was wir am anfang gemacht haben ha ha und schon lassen wir was stehen wieder in der jude an war ja naja koppelansicht ist ja nicht so einfach nur immer abzuschätzen vor allem bei den richtig großen mieter haben erst mit den 13 mitterschneidwerken in der rechten links fast anfassen sich fast sie mir daraus ist rechts und links da noch abzuschätzen sein also einfach schmeiße ich jetzt sind man abjahne oder was du hinten so eine reihe wie ich dann hast du hinten staub naja so wollen einsammeln kann dabei wird darauf jetzt nicht schwören wird hast du es denn bitte punkt oder komm mal eins von beiden ah ja ok jetzt jetzt macht er so stück von der bahn ist jetzt nicht so weg damit stresst immer wenn du da oben meine ecke ist da diese hilfe ja ich mache manchmal auch aus weil ich mache versuch immer aus nur wenn ich was hat nicht will weiß bis so meine ist jetzt schon fast voll halb voll und ich bin noch nicht mal eine bahn durch der wahnsinn mal deine ersten bahn oder auch die kürzer sind ja ja also wir brauchen ich größere drescher brauchen so einiges ja ich weiß nicht jetzt haben wir ja nun unseren traktor gekauft mit der neuen sehmaschine was will jetzt als liste eigentlich anstehen die frage wollen wir bei den saaten bleiben was sie bisher haben und da wollen wir auch was anderes anpflanzen können wenn wir das anderes anpflanzen können wollen dann bräuchten wir noch mal eine andere sehmaschine ja ja so an sich so nicht verkehrt aber ich finde es erst mal zweitrangig meine wir haben was ist für dich erst dran ja das weiß ich nicht also wir sind jetzt schon auch schon mal wieder in der forstwirtschaft drin das ist schon mal wieder ein fortschritt so das heißt wir müssen uns die zeit hier irgendwie ein bisschen erleichtern ja mit dem ganzen häckseln und schneiden und irgendwie alles schneller gehen so bis zu was ich kostet so ein anständiger mähträcher einen haufen geld das halb ja das verkaufen hier auch so lange dauert das wegfahren das problem ist ich würde mich ich würde mich ja schon freuen ja wenn ich ein bisschen mehr als 4000 reinkriegen würde mein tank glaube ich ich krieg glaube ich 6 3 oder 6 4 oder so sein ja 6 4 bin ich auch schon wieder voll meiner ja ich auch ach du hast den gerade ja ich habe ja gesagt meiner ist voll ja meiner auch hallo ich habe nicht mal eine verband ich habe ganz danach der wetter fahren ist ja nicht ja warum denn hier auch arbeiten warum ist der in dem moment dann trotzdem boah der ist ein bisschen hoch der da war das du hast dir den Drescher rumgerissen ja musste du dir angucken und das sieht nicht so aus guckste ich kann nicht abladen wie war das mit die akkuleine so scheiße Ich kann echt nicht, aber der kommt ganz knapp rüber, also Warte, der glitscht zwar durch den Hänger durch Aber ich kann nicht abladen Hallo Ich muss hier nicht jetzt irgendeine Extra-Taste drücken, oder? Nee, eigentlich nicht Hm Das geht nicht Was hast du jetzt gemacht? Wir sind näher rangefahren Komm, der war ja drüber gewesen Das hängt jetzt auch schon halt in der Luft auf der linken Seite Das steht schon voll schief, der Meter Oh, siehst du, das geht doch Warte, ein Quatsch Also das muss man wieder selber machen, der Chef, ne? Oh, du hast ein Leben, warte So kannst du aber auch stehen bleiben, weil ich seh nicht ein, dir da hinterher zu fahren, ja? Und während ich hier mal abstellen muss und dann noch deinen Quatsch hier noch machen muss Ja, ich stehe ja eh schon die ganze Zeit hier Ja Mit deinen Abladeversuchen da hinten Das hat nicht funktioniert Ich finde es aber schon mal schön, dass du nicht vergesellt fährst Ich habe gerade überlegt gehabt Wir hatten gesagt, wir machen das nicht Ja, ja, ich weiß Also vor allem nicht irgendwas drauf ist Das für einen Singleplayer gibt es eine Mod, die dann wirklich, wenn du rauf fährst, dass das Korn zerstört, da wo du lang fährst Achso, das klappt auch nicht im Multiplayer? Nee, das ist ja gar nicht im Multiplayer, taucht nicht Bild angehalten Ja, perfekt Kannste stehen lassen jetzt einfach Jupp So, aber die Folge ist eh zu Ende Den Rest müssen wir wahrscheinlich dann ein andermal weitermachen Denn auch wir sind fertig Erstmal Ja Mit unserer Session, das heißt Wenn ihr die Folge seht, haben wir schon eine neue Session angefangen Das heißt, dass bis dahin dann schon wieder einige Fragen von euch, die ihr gestellt habt Wir dann schon wieder wahrscheinlich dann in der neuen Session dann beantworten können Ja, wir haben nur viele, viele Folgen in ein wenig kurzer Zeit aufgenommen Genau, der Ice Dragon hat wieder ein paar Termine Und somit ist er dann schon wieder für, ja, einige Tage weg Danach ist er arbeiten Ich bin zwar nicht weg, aber muss auch arbeiten Ja, und dann nächste Woche steht für mich mein Urlaub an Da, wo ich dann auch nicht mehr da bin Da muss der Ice Dragon sich dann allein um alles kümmern Ja, hauptsache die Videos sind alle da Hochgeladen, eingerichtet, immer freischalten Nächste Woche Dienstag, da fängt dann deine an Ah, fangen meine an, okay Von daher Bist du dafür selbst verantwortlich? Ja, ich mache rechtzeitig hochladen, keine Angst Mein Euro Truck Simulator, falls jetzt alle hier dabei sind Und der Truck Mechanics Simulator ist es ja Die haben dann dementsprechend eine Woche Pause Sodass dann wirklich nur Landwirtschaftssimulator 15 hier bei uns läuft Oder die geben nur falls noch ein bisschen Banished von mir vielleicht Oder Banished, ja, das wäre auch mal schön Wie gesagt, die Nachfrage ist groß, ja, bei Banished Also wäre auf jeden Fall toll Ja, das willst du immer schon machen die ganze Zeit Ich komme mir gerade noch dazu Jetzt hast du Zeit, wenn ich Urlaub habe Da kannst du denn Ja Machen und tun, was du magst Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich fürs Zugucken Das ist jetzt eine Folge 34 oder 35 Irgendwie sowas Irgendwie sowas Irgendwie sowas Ähm Ja, bis jetzt haben wir einen ganz netten Eindruck hier von der Karte Der Name schwer Ist wirklich schwer Kann man sagen Denn natürlich auch noch so eine Riesenkarte Ist natürlich die Herausforderung doppelt so hart, finde ich Ja Aber viel Zeit durch die Gegenfahrt verloren geht schon Richtig Richtig Also somit werden wir eventuell Staffel 1 sogar übersteigen Also da werden mehr Folgen kommen Dementsprechend Wenn wir jetzt schon über Folge 30 sind Und wir haben eigentlich so gut wie noch nichts So an ordentlichem Fuhrpark, sag ich jetzt mal Außer den Same Der Same ist der einzigsten wertvolle Traktor, den wir hier haben Ja, wir haben dann nur einen Traktor, neue Sehmaschine Na gut, wir haben einen Traktor, neue Sehmaschine, neue Drescher, einen Holzanhänger Ja, aber das Ding ist, das wäre jetzt nicht möglich gewesen, wenn du jetzt die Goldbünste nicht gefunden hättest Nee Also da haben wir noch eine kleine Hilfestellung gehabt Der Drescher war mal drin, der Drescher Den haben wir ja vorher schon gehört Ja, den hatten wir schon vorher, ja Aber sogar das war schon knapp gewesen Ja Gut Also bis jetzt so, sieht eigentlich alles gut aus hier bei uns Also freut euch Es geht weiter hier mit dem Landwirtschaftssimulator Wahrscheinlich werden wir das Ding sogar durchreißen, bis dann das Gold-Update kommt Vom Landwirtschaftssimulator Das könnte ich mir sehr gut vorstellen Na ja, ein halbes Jahr Bornholm, ein halbes Jahr Mottkarten, dann kommt Gold-Update Genau, dann kommt das Gold-Update Perfekt, oder? So Jetzt ist meine Karte fällig Jetzt das letzte schicke Bild hier mit dem Sonnenuntergang, dem Mähdrescher hier den kleinen und dann nehmen das schöne Gerstefeld Mein Groß am Hintergrund wahrscheinlich noch Nein, der ist nicht da Nein Du bist ja nicht in der Sonne Du bist ja entgegengesetzt der Sonne Stimmt Ja Gut Das tut mir leid Wir bedanken uns natürlich für's zu gucken Lasst uns ein Däumchen da Schreibt in den Kommentaren Wie es euch bis jetzt gefällt hier die Mod-Karten am Mönchwinkel Kennt ihr diese Map? Habt ihr sie selber schon gespielt? Würdet ihr gerne mal mitspielen? Wie gesagt, wir sind jetzt bei Folge 35 Jetzt könnten wir langsam schon wieder die ersten Einladungen rausprügeln Und, ja Ich würde sagen sehen wir uns denn morgen zu einer neuen Folge dann hier wieder in Mönchwinkel Wir sagen danke fürs zu gucken Tschüss und Fortschüss und Bis zum nächsten Mal Tschüss